Oh Kappen 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 Jo, den kleinen haben wir rechts, rechts, rechts Tick Jo Hit Kappen Kappen Boah, der kriegt jetzt Kopf wieder auf die Fresse Können wir gleich schießen Oh nein, scheiße Komm schon Boah Boah Egal Das war's wert Auf ping sind welche Aha Aha Netter Schuss Danke Von hier kommen sie Ja 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 Ich bin hier Ja, die cappen wieder zurück, ist ja Wahnsinn Mhm, ja gut, es sind super wenig Leute von so einem Hardcap Und wenn du mal die Outposts zählst, die gestellt sind Haben die wahrscheinlich den OP-Vorteil gerade sogar Ja Ist ein bisschen peinlich Ja Ich schauke Ich schauke Ich schauke Auf Ich schauke du siehst die markierung meiner aber ich kann da nicht hingucken scheiß fiesel von lach da bist du oh gott ich bin tot Komm, lass mal... Doch nicht. Die spawnen hier wie verrückt auf Ping. Zack. Ist das gerade okay? Ach, hier liegt einer hinterm Felsen. Ist die denn okay auch, ja? Und... Ah, ich kann hier nicht tra- oder? Boah, in die Rübe. Nice. Hier ist auch ein Unikett. Ah, da sind jetzt welche von uns. Jo, war halt tatsächlich ein OP. Oh ja, da steht ein Panzer. Wir versuchen mal Deckung zu geben. Jo, ich hab die beiden auf Ping. Oh. Fuck, das ist nicht zu viel. Jo. Shit. Fuck. Fuck. Da ist auch noch einer. Oh, der ist schon bezüglich. Ja, fuck. Okay. Na, wo ist denn unser Team? Hehehehe. Direkt vom Meck. Kann man da in diesen Turm hoch? Ne, nicht hoch. Nur rein. Ah. Ah, okay. Ich hab dich gerecht. Sehr nice. Weil das Südöstliche war auch noch ein. Aber die spawnen hier. Der ist gerade aufgeploppt. Ja. Okay. Ich will jetzt gleich markieren. Ich hab nen Scheiß Ping, deswegen treff ich nix. Einmal Ping nochmal. Ja, ich bin gerade am Nachplan. Genau hinterm Turm. Hier links oben auf Berg zum Weisen. Hä? Hab ihn. Das ist doch egal, der ist überhaupt nicht gut. Oh, Gott. Der ist nehm. Der ist auch nur der Gier. Der ist ja auch nicht. Der ist ja auch nicht. Der ist nur ein Problem. Eier. Der ist. Der ist das. Der ist dann. Der ist ja. Ich hab den Supplytruck toll geparkt in nem Graben, da hast du doch nen Air dran, wenn du Bock hast. Könnt ihr. Der Luchs schiebt den feindlichen Briten. Was zum Teufel seh ich hier grade? In den Kartenrand? Ja. Oh Mann. Ein Helden. Das ist echt spannend da zuzugucken. Aber ich glaub der Luchs hat keine Chance, oder? Nur von hinten glaub ich. Er hat gerade durch verloren. Ich glaub von vorne kann er hier nicht. Jetzt stehen sie da. Genial. Den Punkt haben wir. Mhm. Wir haben auch ein Lob vom Kommandanten. Uiuiuiui. Das war, weil ich den Selbstlob bei der Erde selber gesetzt hat. Da oben seh ich mich. Oh ja. Oh. Was? Jetzt aber. Das ist ganz schön, ganz schön weit. Jo. Der hat gesessen. Irgends Geländer. Wieder. Jo. Jo. So, gerade meine Longshots hier. Das ist okay. Jo. Jo. Oh, auch vom Hit. Aber der lebt noch. Nee. Aber wenn man es einmal, einmal raus hat, die Distanz, dann geht's. Ja. Finde ich auch. Aber tatsächlich ist es so, dass die größten Gegner als Sniper im Gehschützen sind. Oh ja. Weil die brauchen die Distanz nicht rausgehen, die Drahtsniper brauchen. Oh ja, voll in das 42er. Ach, scheiße. Komm, bleib stehen. Jo. Ich finde hier keine Garnisierung und keine Noten. Hast du da Infanterie bei dir? Soll ich die unterstützen? Den einen Infanteristen habe ich erwähnt. Ah, sehr gut. Mit der Panzer, da kannst du ja auch nichts gegen tun. Ja, auch tot. Jo. Jo. Also wenn du da so ein Schussfeld hast, dann bleib doch ruhig. Oh, Moment. Sah nicht gut ab. Ja. Jo. Oh, da fliegt's durch. Oh. Oh, ich wurde getötet. Was? Was? Zwischen uns ist ein Transport-Trucken. Jo, hab ihn. Zill. Ping. Schöner Schuss. Das ist ein Erd, das so pleistig da gerade runterkommen. Erd. Was? Äh. Was halten wir denn? Jo. Von hinten kommen wir eigentlich. Oh, jetzt auch gleich. Komm gleich nach links. Scheiße. Was denn? Ja, so. Beide. Oh, shit. Hier ist was in der Klippe liegt. Jo, ich muss nachladen. Fuck. Schön. Ist noch ein MG. Vorsicht, rechte Seite. Rechte Seite, Freunde. Ist noch nicht. So, dann. Was? Ah, ist wieder zu laggy. So ne Scheiße. Haha. Eigentlich Granaten kann ich noch werfen. Oh, God. Wir sind ja direkt unter uns. Mhm. Von rechts schießt auch noch einer. Ah, von hinten. Von allen Seiten. Na ja. Ich sag mal, GG. War lustig. Danke fürs guter Lied. Oh, das war. Ja, ja. So ist es. Untertitelung. BR 2018